Ein herzliches Willkommen zurück zu X-Defiant. Ähm, ist schon etwas länger her, jetzt wieder, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ich muss Booster aktivieren, auf jeden Fall. So, wir müssen noch starten. Okay, perfekt. Emporium, das müsste aus Division sein. Ja, das soll aus Division sein, auf jeden Fall. Ich habe jetzt den Text dann nicht gelesen, aber am Anfang aber egal. Ähm, genau, wir haben hier noch einen zweiten bei den Phantoms. Die nehme ich tatsächlich mal. Und die MP7. Ich habe noch einen Loadout ausgewählt, aber ich glaube... Gucken wir mal, Rückstoß... Ja, ich werde das gleich vielleicht nochmal ändern. Ich finde die Visiere... Ah, guck, ah, okay, das kann man nicht. Ja, wir lassen das jetzt erstmal so. So. Zwei, eins, let's go. Na klar mache ich das doch. Ich hoffe, die Grafik hat sich nicht resettet. Sieht nämlich so aus. Ich habe das jetzt, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gespielt. Wow, okay. Doch. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich kann es noch, aber... Äh, naja. Geht so. Sagen wir es mal so. Oh. Oh Gott. Was war das denn jetzt? Äh, kommt jetzt von unten quasi. Schräg unten kommt das Mikro jetzt. Perfekt. Hat der mich gerade von... Egal. Okay, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Äh. Oh Gott. Oh. Ich renne direkt rein. Ich renne einfach direkt rein. Wow. Komm, regeneriere. Weil sonst haben wir keinen Vorteil mehr. Wir rücken auf Tour in den Weg vorbei. Perfekt. Ah, ah, ah. Nein. Ah, shit. Okay. Ja, war ein Versuch wert. Okay. Weiter, weiter, weiter. Nächste Stufe. Oh mein Gott. Der campt das schon wieder. Äh, ich hab mitbekommen, dass die Sniper generft werden, also extrem generft werden soll. Find ich auch gut. Und außerdem Bunny hoppen. Mein Traum. Nie. Hm. Was war das denn? Ich hab mir grad... Ich hab mir grad beleidigt. Ich hab mir das so verdrückt. Oh je. Wir rücken auf Zone B vor. Weg mit dir. Kenner. Spielt mal ein Shooter normal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, warum vereb ich den? Nein. Genau in dem Moment hat die mir regeneriert. Okay, das ist ärgerlich. Das ist vorwiegend ärgerlich. Hä? Wie kann die mich denn treffen? Aber ich treff die nicht. Äh, oder den. Weißt du, gerade als... Da komm, der Wichser. Ja, weg mit dir. Warum nehmen die denn alle... Ach nee, warte. Quatsch, das war keine Sniper. Ich dachte, ich wär grad nur von so Sniper-Dudes umgeben. Wisst du, was ich meine? Quatsch. Bitte nicht na... Oh mein Gott. Ey, dieser eine, wie heißt der? Kann das sein, dass der... Ich hab immer noch größer Angst. Also ich hab vorhin eine Runde... Äh, vorhin vor allen Dingen. Ähm, vorgestern Abend eine Runde gespielt. Ähm, da hatte ich tatsächlich meinen ersten Cheater in der Runde. Und, ähm... Das war sehr erfahrungsreich. Der, äh, hat permanent durch die Wände gedinkst. Und ich hoffe, weil der hat mich halt grad so... Irgendwie halb Unreal durch die... Also als ich hier in der Luft war... Mich halb Unreal da so gesnipet. Ich hoffe, dass der keiner ist. Ich versteh sowieso nicht Cheater. Ich versteh nicht, wieso man... Nicht einfach normal spielen kann. So generell jetzt bezogen. Ich denk mal, in der Lobby cheatet hier keiner. Finde ich auch gut so. Aber so für Leute... Auch zum Beispiel GTA-Online-Mod-Menüs. So Modder. Wieso? Was bringt es euch so mäßig? Dieses Ganze... Wie... Also wie kann man so lange daran Spaß haben, andere Leute abzufucken? Oh mein Gott. Der ist witzig. Gott. Und hier ist natürlich wieder keiner. Ist ja wieder richtig schlau. Ja, okay. Ich kann nichts verteidigen. Ja. Ja, mein ist nicht explodiert. Aus irgendeinem Grund. Aber dieses Banyop, das hier so... Dieses Hin und Her... Das wollen sie nochmal härter bestrafen. Im Sinne von... Wieso bauen's denn diese scheiß... Fucking Granate so weit? Ja, kommt nur. Ja, weg mit dir. Ehrlich. Ich hasse diesen Typen. Diesen Lieblings. Er mit seinem... Ah. Ja, einer läuft rein. Perfekt. Ja, komm. Warum kommt denn da nicht? Hat da wer Angst? Oh. Lol. Aus dem Grund hat sich keine Granaten mehr. Mhm. Ja. Egal. Haben wir. Sag mal. Boah, ich hab immer noch... Meine Stimme ist auch immer noch so ein bisschen am Arsch. Ich muss das gleich mal raus... Oh Gott. Also ich cutte, denke ich mal, das öfters raus. Ich hab oft... Also meine Stimme durch mal Pollenallergie. Und ich bin auch so ein bisschen erkältet. Das ist so ein Mix. Oh, 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 oh. Stimmt, das verändert der... Weg, 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 weg. Ach, Leute, 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 Leute. Perfekt. auch nein knappe niederlage das ist ärgerlich geiler name geiler name geiler name geiler name warum kriegst du ein like hier weil erobert hast ich fühle ich feiere die soundtracks von xd point mega ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich gesagt also ich feiere xd point wirklich mega ja kd oder kt bei uns ist ja nicht kills death sondern kills und tode so das war es noch wieder mit einer runde xd fans morgen sollte ein fahrfinanzwert für das fangeben online kommen ich hoffe es euch gefallen dass gerne ein like oder schaut auch gerne auf twitch vorbei und wir sind zwar beim nächsten mal wieder bis dahin ciao